Hallo zusammen, ich heiße Vazgen Tatusian. Wie ich Ihnen versprochen habe, ich werde heute ein Porträt malen von meiner Tochter. Hallo zusammen, ich heiße Vazgen Tatusian. Wie ich Ihnen versprochen habe, ich werde heute ein Porträt meiner Tochter рисовать. Also, Sie sind hier in der Zwischengruppe, in der Zwischengruppe. Итак, дорогие друзья, сначала мы будем рисовать задний план, потом который впереди, в лицо. Дорогие друзья, после заднего фона мы будем рисовать лицо. Для лица мы будем выбирать эти краски. Примерно будем смотреть на фото, как выглядит лицо, и какой цвет у ребенка. И будем примерно первый слой так рисовать. И так, liebe друзья, мы будем рисовать на первом этапе, мы будем рисовать на фото. И мы будем рисовать и рисовать на фото. И это не так сложный, чтобы рисовать на фото. Это не так сложный, но я сам никогда не учился, и у меня получится. Vergesst Sie bitte nicht nach dem Video abonnieren und auf die Glocke zu klicken, für meine andere Videos auch zu sehen. Was die Video nicht abweifte, bitte подписывайтесь und klicken Sie auf den Glocke, damit Sie auch meine Freunde sehen. Und so, liebe Freunde, haben Sie gesehen, das Porträt war schon nicht so schwer. Dafür brauchen Sie natürlich Lust und brauchen Sie Eulfarben und Leinwand. Versuchen Sie sehr zu Hause, schauen Sie meine Videos auf YouTube und Sie können nachmalen. Und ich finde, alles klappt bei Ihnen auch. Also die erste Stufe ist fertig. Wir werden die Trocken lassen. Und dann, wir fangen mit zweiter Stufe. Итак, дорогие друзья, первый этап уже закончился. Wir будем оставить, чтобы картина подсохла, und wir fangen mit zweiter Stufe an. Die nächste Stufe ist das Hauptsache, dass Oberar mit Eulfarben angestrichen wird. Und in der ersten Stufe ist das Hauptsache, dass der Horses war, dass der Horses war mit Eulfarben geöffnet wurde. Es war überall überall. Es war nicht offen. Und wenn wir in der Horsen begonnen haben, dass der Horses war mit Eulfarben geöffnet wurde, dass der Horses war mit Eulfarben geöffnet wurde. Wir haben es schon gemalt. Wir machen mit Fingern alles so glatt. Also liebe Freunde, haben Sie schon gesehen, dass mein Bild nach der ersten Etappe schon ausgetrocknet ist. Jetzt beginnen wir mit der zweiten Etappe. Für die zweite Etappe brauchen wir diese Farbe. Weiße gel, ein bisschen dunkel gel, und orange, rot, verschiedene helles und dunkelrotes, und dunkel, ganz dunkel, grün und schwarz. Итак, дорогие друзья, wir haben schon gesehen, dass meine Farbe schon ausgetrocknet ist. Wir beginnen mit der zweiten Etappe. Für die zweiten Etappe brauchen wir diese Farbe. in der zweiten Etappe werden wir zuerst ins Gesicht zeichnen, wo die dunkelste Farbe ist. dann die hellen Stellen gibt. Dann die hellen Stellen. Dann die hellen Stellen. dann setze ich diese Farbe mit meinen Finger zusammen. Когда я рисую темные светлые места, потом я пальцами эти краски соединяю вместе. Wenn Sie ein Porträt zeichnen, das wichtig ist, dass diese dunkel und hellen Stellen wichtig gezeichnet sind, dann mit Schöne Bilder-Einstein. Wenn du ein Porträt zeichnen vorst, das wichtig ist, dass diese dunkel und светlige места richtig auszunehmen, damit es eine schöne Karte ist. Dann die Karte ist. Dann werden wir mit der Karte auszunehmen. Jetzt wird ich mit dem Karte Jetzt wird ich mit dem Karte auszunehmen. Und so liebe Freunde ich habe das Gesicht fertig gemacht und ich fange mit Haaren an. Haare ich muss zuerst, wo es dunkel ist, da zeichnen, dann ich muss diese Pinsel nehmen und ich muss so mit heller Farbe zeichnen, wie es locker geht. Es ist sehr einfach, Haare zu zeichnen. Die Hauptsache ist, dass dort, wo dunkelste Stellen sind, zuerst malen. Dann auf dunkel malen wir helle Locken. Wolle sie рисовать, das ist sehr leicht. Glaublich, dass sie in der Mitte, wo es tieme, sind sie erst einmal. Dann haben sie die Lichter. Meine Kinder helfen mir immer gerne. Sie kommen immer zu mir und wollen mit mir malen. Meine Kinder helfen mir immer. Sie kommen immer zu mir und wollen mit mir рисchen. Und so das Gesicht habe ich schon fertig gezeichnet. Jetzt werde ich den Hintergrund ein bisschen schon gezeichnen. Ich male meinen Schwester, Rebekka. Jetzt mache ich meinen Kuschik Rebekka. Am Ende, als ich mit dem Gesicht und Hintergrund fertig bin, bleibt mir nur Kleidung zu zeichnen. Also, liebe Freunde, ich habe das Bild fertig gemalt, meine schöne Tochter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie abonnieren meinen YouTube-Kanal und teilen Sie bitte mit seinen Freunden auch. Übrigens, Sie können meine alle Bilder sehen in meinem Instagram. Die Adresse steht hier, wasgen.hatuysion1980. Ich habe mit meiner Schwarzschild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch gefallen, wenn ihr abonniert. Ich freue mich, wenn ihr abonniert und sich mit deinen Schwestern mit ihr. Und sich in der Videospielde zu den Kanal. Untertitelung des ZDF, 2020